Sei auch mal dabei. Wenn du aus unserem Umfeld kommst und sagst, ich wollte schon immer mal bei einem Film mitmachen, kommt vorbei. Gerne. Also schreibt mir, ich werde antworten. Hi, mein Name ist Amina. Ich bin die Produzentin hier. Ich führe auch meistens FUJI. Das erste Projekt, was ich angegangen bin, ist Replay. Der Gedanke von Replay ist, dass wir uns mal alle Gedanken darum machen, was sind Sachen, die wir selbst verändern könnten, was sind Schlüsselmomente. Zum Beispiel, wenn wir mit einer Person reden, es ist wichtig, dass wir manchmal bis zum Ende zu hören. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass wir uns alle Gedanken machen, was ist wichtig, wo müssen wir einfach mal mehr die Augen öffnen. Oder feinfühliger werden, sensibler werden. Was bedeutet für euch der Titel in Bezug auf den Film? Also ich dachte immer, dass es darum geht, dass man im Leben viel gerne die Replay-Taste drücken würde und teilweise vielleicht auch Sachen rückgängig macht möchte oder nochmal neu erleben möchte. Aber dass es im Leben halt nicht so gehen kann und dass man das dann oft auf bittere Weise erfährt. Das habe ich gedacht. Ja, mir ist das auch krass aufgefallen in der Szene, wo Caros Charakter mir halt den Brief gegeben hat, weil ich mir dachte, wenn ich in dem Moment, als mein Charakter direkt den Brief gelesen hätte, dann wäre die ganze Story ja eigentlich anders ausgegangen. Also dann wäre praktisch nichts passiert, aber in dem Sinne bin ich ja dann erst nach Hause und habe da den Brief gelesen. Und da ist mir das dann erst bewusst geworden mit dem Replay, was man sich vielleicht dann später auch denkt, zum Beispiel bei der Beerdigung, wenn es dann passiert ist. So in dem Sinne so, Mensch, hätte ich den Brief mal direkt dann gelesen, dann war alles ganz anders ausgegangen. Mein Name ist Lucy, beziehungsweise Lucien, das ist mein kompletter Name. Ich habe bei Aminas Film Replay die Hauptrolle gespielt. Eine der Hauptrollen, ich war nicht die wichtigste Person. Hallo, mein Name ist Caro und ich habe an dem Replay-Projekt von Amina mitgemacht. Als Hauptdarstellerin, als zweite Hauptdarstellerin im Film, ja. Ich habe mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet. Was für mich ja wichtig ist bei diesem ganzen Projekt, also bei dem Kanal, ist, dass ich die Chance habe, immer mal wieder mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und verschiedene Leute zu unterstützen in dem, was sie tun und dass wir eben alle miteinander Hand in Hand gehen. Zum Beispiel sind die beiden Schauspielerinnen, Lucy und Caro, Menschen, die halt sehr gerne was in dem Bereich machen und die ich auch sehr stark finde im szenischen Bereich. Neben den Schauspielern gibt es natürlich auch die Leute hinter der Kamera, die ihr nicht gesehen habt und zwar die Kameraleute. Das waren zwei Leute diesmal, beziehungsweise ich habe ja auch einmal Kamera gemacht, einmal Lara hat mitgemacht. Die hat vorher, glaube ich, noch nie Kamera gemacht oder nur einmal. Neben Lara hat immer Kamera gemacht und immer ist mein Küken. Tut mir leid, wenn du es jetzt hier siehst und diese Formulierung nicht so gern mag. Aber ihn habe ich zum Beispiel vor 1,5 Gruppenküken und ist auch so immer mein Küken geblieben. Und mittlerweile kann er, zumindest was Technik angeht, viel mehr als ich und ich bin so stolz auf ihn. Und es freut mich so sehr, dass er mit bei diesem Projekt gearbeitet hat, weil er wirklich zu einem Menschen gehört, mit dem ich auch gerne zusammenarbeite. Dann gibt es natürlich noch den Komponisten, der die Musik geschrieben hat. Ich habe ihn kurzfristig angeschrieben, als ich den Rohschnitt fertig hatte und habe ihn gefragt, ey, hast du Lust mal wieder was zu machen für uns? Ich sage ihm dann solche Sachen wie, ja, das sind die Gefühle, die ich da haben möchte in der Szene. Und er macht dann halt das daraus, was ihr halt hören könnt, wenn ihr euch das Video anschaut. Diese Szene ist, wo der Brief überreicht wird. Da zieht der Sturm so langsam auf und bei der Szene mit dem Schuss, da bricht dieser Sturm halt eben aus. Danach sind halt die Schäden vom Sturm und so. Und das hat er einfach daraus gemacht, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, er versteht so gut, was ich meine. Ich habe zwischendurch mal so gesagt, ja, ein bisschen Klavier dann auf einmal, so ein bisschen mit rein und sowas. Das finde ich halt noch schön, weil ich habe halt nicht so viel Ahnung von Musik. Aber er trifft so gut immer, was ich halt eigentlich ausdrucken möchte. Und deswegen arbeite ich auch so gern mit ihm zusammen. Auch einfach, weil die Sachen, die ich von ihm schon vorher mal gehört habe oder so, sind auch immer so schön. Mir ist wichtig, dass wir auch Leuten die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Bzw. ich habe ja auch andere Projekte schon vorher gemacht, wo ich auch immer darauf achte, dass neue dabei sind. Aber eben auch schon Leute, die ein bisschen mehr können, damit man halt auch so die Chance hat, sich um die 19 Leute zu kümmern. Weil man weiß, okay, bei denen muss man jetzt nicht so viel auffassen. Vor allem, was ich ja gerne mache, ist den Schauspielern die eigene Sicht zu überlassen, was sie selber sich denken. Was sind diese Kleinigkeiten, die es mehr sie selbst macht. Und immer wenn ich die Ideen, die Momente gebe, kann ich z.B. in dem Moment mit der Kamera sprechen, was ich haben möchte. Oder halt, wenn das Leute sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, kann ich denen auch erklären. Hier, das ist ISO, das ist Blende und so weiter und so fort. Ja, hi, ich bin Ömer. Ömer aus Julien. Und ich habe bei Replay die Kamera gemacht. Beziehungsweise einen relativ großen Teil. Und ich muss sagen, ich habe das Endprodukt bereits gesehen und das gefällt mir sehr. Im Film selbst eine super Atmosphäre. Es ist diese, im Exposé wird halt sehr viel Spannung erzeugt durch die Schnitte, aber auch durch das Flashback. Und während der Dreharbeiten, da kann ich zu sagen, wir hatten es nicht immer leicht mit dem Wetter. Das ist uns bewusst, aber... Diese Talks, wie die eigentlich sollen, und zwar sollen die euch einen Einblick geben, was für Leute an diesen Projekten mitarbeiten. Z.B. mich sieht man ja nicht sonst. Also, ich musste als Statistin bei der Einszene einspringen. Deswegen haben wir uns überlegt, ob das ein Warning-Gag wird. Aber ich weiß es noch nicht, weil eigentlich fühle ich mich nicht so wohl vor der Kamera. Außer ich rede alleine mit der Kamera in einem Raum und da steht kein Kameramann hinter. Die Idee von diesen Talk-Videos ist halt auch, dass wir euch ein bisschen erklären, was wir gemacht haben. Wie wir die Sachen umgesetzt haben. Z.B. die Regenschirmszene, da haben wir selber den Regen gemacht. Man eben Alternativen hat und es macht mega Spaß, auch kreativ sich zu überlegen, wie machen wir selber Regen. Und dass es dann eben zeigt, dass man eben diese Ausrede, ich habe kein Team, ich kann keine Videos machen, dass die eigentlich nicht so gut funktioniert. Weil es gibt viele Optionen. Klar, ich finde jetzt auch, ohne mindestens drei Leute, finde ich es sehr schwierig, was zu machen. Es gibt viele Optionen. Und ich möchte gerne selber halt Filme machen. Und weil ich liebe, was ich tue. Und auch möchte, dass viele Leute diese Option haben. ihre Träume zu verwirklichen oder zumindest auch sich einfach auszuprobieren, möchte ich auf jeden Fall, dass wir ab und an immer mal zeigen, wie haben wir was gemacht. Und ihr habt alle die Möglichkeit, sowas zu tun. Klar, am Anfang ist man immer alleine. Z.B. auch jetzt mit dem Kanal. Wir werden mit null Leuten anfangen. Aber irgendwann können wir viele sein. Und es ist halt so, Leute müssen einen erst finden. Und dafür muss man das tun, was man machen möchte, damit die Leute, die auf der Seite stehen werden, also sie z.B. in dem Fall auf unserer Seite stehen, die müssen uns ja halt finden. Aber dafür müssen wir eben auch das tun, wofür wir respektiert werden wollen. Oh no! Nice! Niemals, wir lieben uns. Vielleicht. Möchtest du starten? Möchtest du starten? Möchtest du starten? Möchtest du starten? Ja. Möchtest du starten? Möchtest du starten? Möchtest du starten? Möchtest du starten? Mir ist besonders diese Szene im Gedächtnis geblieben, wo wir in der Nähe des Weides gedreht haben, aber wo ich dir den Brief überreicht habe. Und für mich war der Moment so total real. Ich konnte da so richtig gut in die Rolle reinschlüpfen, weil auch der Wind so stark geweht hat. Und überall flogen Blätter rum und es war irgendwie so, ich habe das richtig gefühlt. Das war ein echt intensiver Moment für mich. Und das war dann natürlich auch meine Lieblingsszene, weil ich es halt so fühlen konnte. Also für mich als Schauspielerin. Das sieht auch so krass aus mit dem Wind. Genau, es hat natürlich automatisch einen guten Effekt. Ja, tjada. Wenn ihr einen Film gesehen habt von uns, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr euch denkt, was wir damit gemeint haben. Und das würde ich dann in die Videos aufnehmen, wenn wir darüber reden. Ich fände es schön, wenn wir die Möglichkeit haben, mit euch zu kommunizieren. Eure Eindrücke auch aufzunehmen. Und ja, einfach wenn wir viele sind, die miteinander kommunizieren und nicht nur nebeneinander her, sondern auch diese Gelegenheit haben, zu sagen, das fand ich gut, das finde ich inspirierend. Ich finde es so wichtig, dass wir uns gegenseitig inspirieren. Ich weiß, ich bin ja in der Beerdigungsszene nicht drin, aber ich habe da deinen Schauspiel geliebt. Und es ging mir selbst so nah, einfach nur beim Zugucken, wie du geguckt hast. Du kannst das echt super, das wollte ich mal sagen. Oh, thank you. Ja. Dir muss man das ja nicht sagen, dass du super bist. Oh Gott. Also kann man trotzdem, aber ich dachte, das wäre dir klar. Das war auch Quatsch. Selbst Beweihräucherung ist immer gut zwischendurch. Also gebt es an eure Freunde weiter. Beweihräuchert euch gegenseitig. Bis zum Teil. Wow. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass die Regie sehr super war. Und auch das Script hat mir tatsächlich sehr gefallen. Ja, es war eine sehr schöne Idee. Es war tatsächlich, fand ich sehr schön, dass wir so viele Freiheiten als Schauspieler hatten. Also es war, wir hatten ja schon die Anweisung, was wir tun sollten. Aber dass viele Sachen auch so offen gehalten waren, dass wir uns selber was überlegen konnten. Und ich glaube, dadurch ist das nochmal besonders geworden, ja. Und allein, dass alle Leute, die da waren, so eine eigene kreative Art hatten und das alles irgendwie besonders gemacht haben. Und das ist natürlich schön, dass unsere Regisseurin diese Menschen alle zusammengebracht hat. Ich finde auch, dass total das Vertrauen gegenseitig da war. Also, dass sowohl die Regisseurin uns vertraut hat, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich ihr auch sehr vertrauen konnte. Ja. Dass es halt irgendwie auch total keine angespannte Atmosphäre war. Und das fand ich auch super. Ja. Manchmal war es eine windige Atmosphäre. Haha. Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal allen Leuten danken, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Ich möchte den Leuten danken, die irgendwie an dem ganzen Teil haben. Und seien es nur Leute, die mich inspirieren und die mich ermutigen, Videos zu machen und die keine Ahnung haben, wer ich überhaupt bin. Ähm. Und vor allem auch du, der dir das Video anschaut oder die sich das Video anschaut. Wenn ich zurück gucke, was war mein erstes Video, dass ich dann weiß, es war eine gute Entscheidung, das alles zu machen. Ich finde das so schön, dass dieses Projekt, den ersten Stein, den ich gesetzt habe, dass der eigentlich perfekt ist. Weil, ähm, ich nehme die Sachen jetzt auf, nachdem ich die anderen Sachen schon aufgenommen habe, was die anderen gesagt haben. Ähm, deswegen weiß ich schon, was die sagen. Und für mich ist das der perfekte Grundstein. Ähm, besser hätte es wahrscheinlich klappen können. Und ich bin so glücklich, dass die Grundidee von dem Ganzen funktioniert. Also zumindest jetzt einmal funktioniert hat. Und das bedeutet ja, dass sie noch so oft mehr funktionieren könnte. Dies ist das erste Kapitel einer langen Reise. Und dieses Kapitel wird auch nie abgeschlossen sein, weil man eben immer noch was hinzufügen kann. Wir werden immer wieder zurückblicken können und können uns auch immer wieder darüber unterhalten. Aber, dass dieses erste Kapitel an sich von der Grundstruktur, von dem Fundament her steht, ist so schön, dass wir halt jetzt von jetzt an einfach weitergehen können. Und wir haben etwas, worauf wir zurückblicken können. Wir haben einen Anfang geschaffen. Und darauf bin ich so stolz und dankbar für jeden, der daran teilgenommen hat. Und jedem, der dem Ganzen die Chance gibt, dass es eben Anklang findet. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, gerade die letzten Worte zu finden. Weil die perfekten Worte gibt es nicht. Es ist kein Ende in sich. Ich möchte weitermachen. Ich möchte so gerne weiterhin mit solchen tollen Menschen zusammenarbeiten. Und das ist erst der Anfang. Also, dass wir jetzt noch etwas herum und wir haben. Dann schnapp uns diese Kiefer an. Und das haben wir gekauft. Also, da sind wir jetzt also mit einem Kiefer an. Dann gehen wir damit auf eine Welche Omkrieg oder die Kiefer an. Wir brauchen die Langkriebe. Untertitelung des ZDF, 2020